So, dann herzlich willkommen zusammen zu diesem kleinen Vortrag und auch Diskussion und Fragestunde zu Grundlagen für Übungsleiterinnen. Ich möchte erstmal gerne ein paar Ziele für heute definieren. Ich werde auch versuchen, dass wir mit Diskussion ungefähr in der Stunde fertig sind, weil ich denke, alles andere ist auch nicht so sehr zeiteffizient dann mehr. Okay, also erstmal die Ziele für diese heutige Stunde. Was wollen wir als Übungsleitende überhaupt erstmal erreichen? Naja, wir geben ein Training. Und das muss in erster Linie erstmal auch Sicherheit der Trainierenden gewährleisten. Nichts schreckt Leute so sehr ab, wie eine Verletzung zu erleiden im Training. Es sollte außerdem möglichst effizient sein. Also die Zeit und auch die Ressourcen, die vor Ort sind, sollten sinnvoll genutzt werden. Und ich gehe auf diese Punkte alle noch in Detail ein. Wenn ihr allerdings Fragen zu den einzelnen Folien schon habt, dann immer auch gerne direkt. Das Training sollte außerdem motivierend sein. Natürlich für die langfristige Teilnahme von Trainierenden ist das ganz wichtig, dass das Training auch Spaß macht. Und es sollte irgendwie ein Plan dahinter stehen. Also es sollte ein Fortschritt erzielt werden und das möglichst auch systematisch. Grundsätzlich zu den Trainingsplänen werde ich heute allerdings nicht sagen, weil das geht so ein bisschen darüber hinaus, einfach nur eine Übung anzuleiten. Gehen wir also einfach erstmal davon aus, dass vielleicht so ein Trainingsplan dahinter steht. Und wenn das nochmal von besonderem Interesse ist, dann können wir ja da entweder in den Fragen nachher nochmal drüber sprechen oder einfach nochmal einen zweiten Vortrag vielleicht machen. Kurz einmal zu mir. Mein Name ist Martin Höppner. Ich betreibe Schwertkampf seit ca. 2008. Bin dort über das Reenactment reingekommen. Beschäftige mich genau genommen mit dem historischen Fechten erst seit 2015. Wobei ich habe letztens erst wieder gesehen, so ein Guy-Winzer-Buch von 2009 liegt bei mir hier auch noch rum. Ich bin da über den Hochschulsport in Berlin eingestiegen mit Säbel und Rapier. Wobei mich eigentlich vor allem interessiert hat das Schwertkämpfen im Mittelalter. Und dementsprechend bin ich dann sehr schnell zu Schwert und Buckler eben zum 1,33 gekommen. 2017 habe ich mit dem Reenactment-Verein zusammen die Schildwache Potsdam gegründet, die mittlerweile auch als eigener Verein existiert. Und dort beschäftigen wir uns vor allem mit den Quellen aus dem Bologna des 16. Jahrhunderts. Und seit 2020 bin ich auch in der einen oder anderen Funktion im Nationalkader. Erst als Athlet im Langschwert- und Rapierkader und mittlerweile als Co-Trainer im Rapier-Nationalkader. Okay. Also zum Vortrag. Erstmal das Wichtigste, glaube ich, zu verstehen ist, dass man als Übungsleitende in der erster Linie in einer Dienstleistungsfunktion ist. Also wir bieten etwas an, was hoffentlich natürlich auch gut angenommen werden, aber wir erstellen oder generieren einen Service. Und das ist gar nicht so eine moderne Idee. Wenn wir uns auch die historischen Fechtmeister anschauen, zum Beispiel Salvatore Fabris, der den dänischen König unterrichtet hat, dann ist natürlich die Power-Dynamik dort auch nicht so, dass jetzt der Lehrer hier die Kontrolle hat, sondern man sollte es wirklich eher verstehen, dass da jemand einen Service generiert, eine Dienstleistung. Und wenn die Leute unzufrieden mit dieser Dienstleistung sind, naja, was wird passieren? Sie werden nicht mehr kommen. Wir werden wahrscheinlich nicht irgendwie vom Hofe gejagt, aber die Leute werden einfach nicht mehr zu unserem Training kommen. Also ist ganz wichtig, dass wir die Lernenden in den Fokus stellen. Training kann ganz verschiedene Elemente haben. Wichtig ist dabei erstmal, sich grundsätzlich so ein Ziel zu definieren. Man kann sehr viel natürlich mit den historischen Quellen arbeiten. Man kann sich als Ziel definieren, dass man im Wettkampf oder vielleicht auch einfach nur im freien Gefecht möglichst viele Techniken anwenden möchte. Aber es sollte einem immer klar sein, was man hier überhaupt erreichen möchte. Und das Training sollte dann natürlich so ausgelegt sein, dass diese Ziele bestmöglich erreicht werden. Das heißt nicht, dass eins hier besser als das andere ist, aber man sollte sich eben einfach mal bewusst sein, ob das eben so hinhaut, was man hier gerade macht, um die eigenen Ziele eben zu erreichen. Ein ganz wichtiges Instrument dazu ist auch immer, Feedback von den Lernenden zu erhalten. Und ich finde es immer ganz gut, schon relativ früh sich Feedback zu holen, schon nach ein bis zwei Übungsstunden oder vielleicht sogar nach jeder Übungsstunde, wenn die Zeit da ist. Denn man darf nicht unterschätzen, dass es immer so eine Art Selektion gibt über mehrere Trainings hinweg. Also ich habe ja gesagt, Leute, die nicht zufrieden mit der Dienstleistung sind, die werden einfach nicht mehr auftauchen. Das heißt, wenn man nach mehreren Monaten einfach erstmal fragt, naja, dann hat sich die Trainingsgruppe schon so selektiert wahrscheinlich, dass nur noch die Leute da sind, die das Training eben relativ gut finden. Und dann ist es sehr schwierig, wenn die Trainingsgruppe dann sehr klein ist vielleicht, weil das Training eben vielleicht doch nicht so gut ankommt, dann noch sinnvolles Feedback zu generieren. Also lieber früh und am besten natürlich Feedback erfragen von Leuten, die nicht mehr kommen. Und dann, wie man damit umgeht, ist natürlich immer nochmal eine andere Sache. Aber immer sich bewusst sein, dass da irgendwie so eine Selektion vorliegt. So, kommen wir mal zu so ein paar Grundlagen von gutem Training. Und eine der wichtigsten Sachen ist natürlich, dass die Leute wissen immer, wann Training ist, wo Training ist natürlich. Und dass ihre Zeit, die sie dort investieren, eben auch gewertschätzt wird. Also eine ganz wichtige Sache sind feste Trainingszeiten. Dass die Leute eben wissen, an dem und dem Wochentag in dieser und dieser Zeit ist immer Training. Zwei-Wochen-Rhythmus und so weiter ist schon immer schwierig, weil das eben immer wieder zu Verwirrung führt. Also idealerweise wirklich wenigstens jeder Trainingstermin wöchentlich, Wiederholung. Und wenn nichts anderes geschieht, irgendwas Außerplanmäßiges, wo nochmal eine extra Ankündigung gemacht wird, dann ist da auch wirklich Training. Genauso wichtig, meiner Meinung nach, auch wieder die Wertschätzung der Zeit der Leute, ist die Pünktlichkeit. Also sowohl das Training pünktlich anzufangen, als auch tatsächlich pünktlich aufzuhören. Warum sage ich pünktlich anzufangen? Naja, wenn wir auf Trainierende warten, die vielleicht ein bisschen zu spät kommen, und das kann ja alle möglichen Gründe haben, dann bestrafen wir damit eigentlich indirekt immer die Leute, die pünktlich sind. Weil fünf Minuten gewartet heißt, da stehen eben Leute fünf Minuten einfach nur rum, während wir letztendlich die belohnen, die zu spät kommen. Ich bin persönlich total dagegen, irgendwie Leute zu bestrafen, weil sie jetzt zu spät kommen. Weil das kann immer aus allen möglichen Gründen passieren. Aber man muss sie ja nicht belohnen. Also man fängt einfach das Training pünktlich zu dieser Uhrzeit an. Und die Leute, die halt einen kurzen Moment oder etwas zu spät kommen, die werden das dann schon hinkriegen, da noch einzusteigen. Im Zweifelsfall eben bei dem nächsten Mal, wo ihr die Übung dann wirklich erklärt. Außerdem eine schöne Sache, finde ich, um das Training von dem Alltag abzugrenzen, sind Rituale. Das kann sowas ganz Einfaches sein, wie ein Begrüßungs- und auch Verabschiedungsritual, wo man sich schon mal eben gedanklich jetzt eben in diese Phase auch der Konzentration begibt, wo man eben dann auch möglichst gute Trainingserfolge erzielen kann. Aber auch ein kurzes Eindehnen oder so kann da tatsächlich Wunder wirken, wo man eben einfach erstmal kurz runterkommt, den Alltag von sich abschüttelt und wie gesagt sich dann auch wirklich komplett auf das Training selbst konzentrieren kann. So. Das Letzte, habe ich gesagt, aber sprechen wir heute jetzt nicht großartig drüber, ist wie gesagt auch der Trainingsplan. Es ist wichtig, dass es einen gibt. Bei der Erstellung sollte man eben darauf achten, dass das irgendwie systematisch aufeinander aufbaut. Aber für heute, wie gesagt, konzentrieren wir uns vielleicht erstmal auf eine Sache und das ist selbst die Übung zu leiten. Es ist nämlich ganz wichtig, sich immer auch wieder klarzumachen, dass wir zwei Sachen immer vermitteln. Das eine ist natürlich Theoriewissen und das andere sind praktische Fähigkeiten. Und das ist nicht dasselbe. Also das ist irgendwie ganz klar. Wissen kann man sich relativ schnell aneignen. Durch Lernen, durch Sprache. Das ist meistens gar nicht so das Problem. Das Umsetzen ist vielmehr das Problem. Also Fähigkeit wird eben nur dann entwickelt, wenn geübt wird, also wirklich auch Praxis durchgeführt wird und das aber eben in einer ganz bestimmten Art und Weise. Nämlich Praxis muss immer herausfordernd sein. Sie muss uns an die Grenzen des Machbaren treiben. Es muss aber immer schaffbar sein. Guy Winzer hat einen Online-Kurs dazu herausgegeben, wo ich fand, dass er eine sehr gute Richtlinie dafür quasi hergestellt hat. Und das ist, so eine Erfolgsquote wollen wir in den Übenden erzielen von ungefähr 80%. Wenn eine Übung jedes Mal klappt, dann ist sie wahrscheinlich zu einfach. Es ist dann einfach zu bequem und es wird nicht optimal gelernt. Weil die Leute können es ja offensichtlich schon. Und es gibt nicht genügend Resistenz. Und wir wollen ja vielleicht wirklich letztendlich das Ganze im freien Fechten anwenden. Also in einer Umgebung, wo es sehr viel Resistenz gibt. Andererseits, wenn die Übung in mehr als der Hälfte der Fälle fehlschlägt, also die Leute öfter scheitern, als sie die Übungen tatsächlich hinkriegen, dann ist das nicht nur frustrierend, aber die Mehrheit der Übungszeit wird auch nicht mehr mit der korrekten Technik dann beispielsweise verwendet, sondern es wird gelernt zu scheitern. Also es ist ganz wichtig, dass man da wirklich irgendwie in so einem Bereich ist von mehr als die Hälfte, aber eben auch nicht 100%. Es sollte immer sich machbar anfühlen für die Leute, aber eben auch herausfordern. Und da die allermeisten von uns ja nicht direkt Unterricht geben, also nicht nur wir einer anderen Person, sondern sich unsere Übenden gegenseitig quasi trainieren, finde ich es relativ wichtig, so eine Philosophie, die das beinhaltet, sehr frühzeitig in das eigene Training zu integrieren. Und dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren und Multiplikatoren, wie eine Übung schwieriger gemacht werden kann, ohne dabei Sicherheit oder irgendwas anderes auf der Spur zu lassen. Und da können wir dann gerne auch noch drüber reden. Das Zweite ist, was ich schon mal zu den Zielen gesagt habe. Die Frage, wollen wir eigentlich hier eine Vorlesung geben oder wollen wir einen Sportkurs machen? Also wie gesagt, wer praktisch irgendetwas lernen möchte, und das sind, denke ich, schon die allermeisten, der muss tatsächlich auch üben. Und wenn ich eine Sache euch heute mitgeben könnte für eure Übungsstunden, dann ist versucht, so wenig wie möglich zu reden als Übungsleitender, sondern die Leute viel machen zu lassen. Auch hier wieder, Guy Winzer hat so eine Regel von einer Minute Sprechen zu wenigstens fünf Minuten Praxis. Persönlich versuche ich bei unserem Training das sogar noch ein bisschen besser hinzukriegen. Also man sollte wirklich darauf abzielen, nur das zu sagen, was in der Übung jetzt wirklich wichtig ist, und auch nicht zu viel zu sagen. Man kann ganz leicht die Übenden damit völlig einfach überlassen. Sondern es sollte immer natürlich das Ziel der jeweiligen Übungen im Blick behalten werden, sodass da eben konzentriert eben daran auch geübt wird. Aber Tipps oder wirklich Hinweise quasi Stück für Stück, das Wichtigste zuerst und Sachen wie Fußposition oder exakte Handposition, muss man sich überlegen, ist das jetzt wirklich so wichtig, dass die Leute das jetzt wissen, oder kriegen die das durch das Üben nicht vielleicht sogar selber heraus? Gerade eben in dieser Intensität, wenn die Stück für Stück eben nach oben geht und man sich deswegen auch Stück für Stück verbessert. Genau. So, dann gehen wir auf die Übungsstunde selbst ein. Die beginnt im Regelfall mit einer Erwärmung. Auch hier immer wieder die Erinnerung, wir wollen effizient mit unserer Zeit sein und vor allem mit der Zeit der Übenden. Die wollen in der Regel Schwertkampf lernen. Deswegen auch ganz wichtig finde ich, dass schon eine Erwärmung sehr spezifisch ist. Und zwar spezifisch auf das, was in der Übungsstunde geschehen soll. Gibt es eine große Konzentration auf Fußarbeit? Naja. Oder dann sollten vielleicht die Füße besonders erwärmt werden. Wird sehr viel in einer vorgebeugten Position gefochten heute? Zum Beispiel, man schaut sich Fabris oder 1,33 an. Naja, dann sollte vielleicht der Rücken ordentlich erwärmt werden. Insgesamt natürlich sollte das Ganze trotzdem nicht zu lange dauern. Denn man sollte sich auch wieder vorstellen, man hat vielleicht nur 90 Minuten Trainingszeit. Wenn dann eine halbe Stunde für die Erwärmung schon drauf geht, ist das jetzt die optimale Art, diese Übungsstunde zu gestalten? Wäre es nicht viel besser, aus den Ressourcen, die dort sind, das meiste zu machen. Und für die Leute sind die Ressourcen ja nicht nur der Trainingsraum und die Schwerter und Masken, sondern vor allem eben auch Partner. Klar, man kann immer auch alleine viel Solo drillen, aber in der Übungsstunde sind doch gerade die Partner, die mit uns die Übung machen, gerade so wertvoll. Und die uns diese Resistenz geben und uns quasi trainieren können. Persönlich finde ich so ein kurzes dynamisches Andehnen zum Beginn immer ganz nett. Nicht länger als irgendwie 5 Minuten. Einmal schnell den ganzen Körper kurz durchgehen, das Blut ein bisschen in Warnung bringen, so nach dem Motto. Die Sachen kurz einmal wirklich nur schnell angedehnt. Und dann, je nachdem, wie das Training aussieht, muss man Sachen machen, die auch den Kreislauf nochmal hochfahren. Also beispielsweise, man hat eine fortgeschrittene Gruppe und möchte irgendwie ins Sparring gehen. Dann muss der Kreislauf auf jeden Fall irgendwie auch noch danach und die Muskeln richtig erwärmt werden. Und dann ist es natürlich ideal, irgendwelche Übungen zu wählen, die auch schon da wieder darauf vorbereiten. Wir haben beispielsweise, also bleiben wir mal bei diesem Sparring-Beispiel. Wir haben so ein Spielchen, wo wir mit der Hand zur gegnerischen Schulter tippen möchten. Und man kann das noch weiter ausbauen, indem man sagt, naja, die Hand, die soll die ganze Zeit da vorne bleiben. Für was sorgt das? Na ja, dass die Leute versuchen, diese Hand zur gegnerischen Schulter zu bringen, indem sie möglichst gute Fußarbeit verwenden, also sich in so einen Winkel bringen, wo sie die anderen, den anderen Arm gleichzeitig ausschließen und da selbst quasi antippen können. Das ist nur eine Idee. Aber schon im Hinterkopf behalten, dass jetzt auch das quasi Erwärmen des Kreislaufes wieder spezifisch sein sollte. Auch wenn es um bestimmte technische Sachen geht, also die Übung vielleicht ist der Zornhau und ein Stich danach, dann ist es natürlich vielleicht auch ganz sinnvoll, das mal kurz, ein paar Mal solo durchlaufen zu lassen, aber auch wieder nicht länger als fünf Minuten und in einer Intensität, die einen wirklich darauf vorbereitet. Also auch ein bisschen den Leuten Dampf um dein Hinterkopf machen. Kraft und Schnelligkeit habe ich ja auch als Punkt genommen, weil es ist relativ häufig noch, dass ich sehe in verschiedenen Trainings. Und jetzt muss man sich auch wieder die Frage stellen, was ist das Ziel und wie viel Zeit hat man dazu pro Woche. Wenn ich einmal die Woche 90 Minuten Training gebe für eine bestimmte Waffenart, dann finde ich, dass Kraft- und Schnelligkeitstraining in diesen 90 Minuten eigentlich nichts zu suchen hat. Das muss letztendlich alles in den schwertspezifischen Übungen mit zusammen da drin stattfinden. Kraft und Schnelligkeit ist auch wieder was, was man sehr gut alleine trainieren kann. Man kann also den Leuten dann auch Übungen für zu Hause an die Hand geben und muss sich dann eben wirklich fragen, ist das hier sinnvoll? Das sieht es aus, wenn man irgendwie schon viermal die Woche Training hat und jedes Mal für zwei Stunden, dann kann man das durchaus irgendwie noch mit einbauen. Man sollte sich aber auch bewusst sein, wenn man Kraft- und Schnelligkeitstraining macht, man macht die Leute also am Anfang irgendwie schon muskulär fertig, dass es dann schwieriger wird, technisch danach noch sauber zu arbeiten. Die Leute sind dann schön warm, aber vielleicht dann nicht mehr die alleranspruchsvollsten Übungen oder vielleicht was sie vielleicht dann doch erstmal wieder in so eine Pausephase bringt. Also man muss das dann schon sehr bewusst managen, was man den Leuten da überhaupt aufbürdert. Weil Leute von voller Pulle, von über 90 Minuten laufen und fechten zu lassen, das endet im Normalfall eher in muskulären Verletzungen oder in den berühmten Hämatom. Gut, dann kommen wir zur Trainingszeit selbst. Also nachdem wir, ich gebe ja so 90 Minuten Trainingszeit, dass wir unsere 5-6 Minuten Eindehnen beendet haben, dann noch kurz quasi den Kreislauf erwärmt haben, sollten jetzt also vielleicht wenigstens noch so, nach allerwenigstens 75 Minuten Trainingszeit übrig haben. Was macht die denn aus? Die zweite Sache nach weniger sprechen und mehr machen ist, dass es ganz wichtig ist, die Trainingszeit irgendwie in den Fokus zu setzen. Und ich komme da auf diese ganzen einzelnen Punkte nochmal drauf zu sprechen. Nie zu viel machen, sondern immer irgendwie schauen, okay, was ist jetzt das Hauptziel von heute und welche Übungen können meine Trainierenden da hinbringen? Die Trainingszeit kann, wie gesagt, auch gerade in diesem erwärmenden Phasen, finde ich, auch manchmal ganz gut mit Solodrills noch genutzt werden. Wie gesagt, möglichst kurz halten, sehr spezifisch, dann geht das durchaus. Aber eigentlich der Hauptteil sollte irgendeine Form von Partnerdrill sein. Und bei Partnerdrill meine ich jetzt nicht, dass das immer einer festgelegten Choreografie folgt, sondern Partnerdrills können sowohl technisch als auch taktisch arbeiten, wobei die beiden Sachen Hand in Hand gehen. Technisch heißt, dass man sich nicht entscheiden muss, was man tatsächlich machen muss. Also es ist dann doch irgendwo wieder eine gewisse Art von Choreografie, die da vorherrscht. Aber es wird eben in der Intensität geübt, wo die entsprechende Technik genauso sitzen muss, dass es eben auch bei hohem Widerstand irgendwie noch klappt. Nie außer Acht lassen sollte man allerdings das Taktische. Und warum nicht? Weil, wenn wir immer nur wieder gegen das Gleiche drillen, kann es eben auch sein, dass wir uns auf anderen Öffnungen oder auf anderen Seiten, überall uns wahnsinnig weit öffnen, Schwächen offenbaren. Und wenn man nur in der Choreografie arbeitet, dann merkt man das nicht. Also wieder ein kurzes Beispiel, es kommt vielleicht ein Oberhau und ich soll den parieren und in der zweiten Intention dann angreifen. Naja, dann kann ich natürlich mit meinem Schwert auch sehr weit hier draußen parieren. Was das außer Acht lässt, ist aber, wenn dieser ursprüngliche Angriff eine Finte war und der zweite dann rumkommt. Wenn man also nicht auch mal taktisch arbeitet, und das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, beispielsweise hier in dieser Übung, wie der Coach angreifen kann, der Coach in der jeweiligen Übung, das sind natürlich alles Übende, naja, dann kann man sich eben auch technisch Artefakte selber einbauen, die einem auf lange Frist dann wieder quasi in den Schoß fallen. Okay. Okay, also wie ich das grundsätzlich mache, ich gehe natürlich eine technische Sache kurz durch, erkläre das, schaue mir dann an, was würde passieren, wenn der Gegner genau auf die andere Seite geht, also in die Öffnung beispielsweise. Dann geht man das einmal kurz durch, wie man dann reagiert. Und dann sollte möglichst frühzeitig eben das Ganze schon in einen taktischen Drill umgebaut werden, wo der Coach eben zwischen diesen unterschiedlichen Signalen variieren kann, so dass der Lernende oder die Lernende eben darauf wirklich auch reagieren muss. Und dann fährt man wieder die Intensität hoch. Und Intensität ist eben dieses ganz wichtige, dieser wichtige Ausschlagspunkt, die sollte natürlich eben, wie gesagt, so gewählt werden, dass die Erfolgsquote bei rund 80 Prozent ist. Das heißt übrigens nicht, dass wenn sozusagen die Coaches in der jeweiligen Übung merken, naja, sie haben jetzt hier schon viermal das Teil gerade so einfach gemacht, dass der andere oder die andere das problemlos gemacht hat. Und dann gehen sie sprungartig mit der Intensität auf der fünften Wiederholung hoch. Das bringt natürlich nichts, sondern wir wollen eigentlich so eine konstante Schwierigkeit, eine konstante Intensität haben und nicht viermal zu leicht und einmal zu schwer. Eine andere wichtige Sache für das Lernen, aber eben auch für die Motivation, ist das Spiel. Also beim Spielen lernen Menschen einfach so viel schneller, also wirklich ist es absurd, sodass man eben auch gerade in diesen taktischen Übungen das natürlich auch immer weiter öffnen kann. Also sobald die Leute diesen grundsätzlichen Drill verstanden haben, öffnet es ruhig und sagt ihnen, naja, jetzt spielt ein bisschen damit. Das kann natürlich manchmal bedeuten, dass es noch mehr Impulse gehen wird. Es kann auch sein, dass da inzwischen Impulse gehen wird. Es kann aber auch sein, dass Übungen, die für manche schon zu leicht sind, ausgeweitet werden, um gewisse Aktionen, so wie die Leute eben denken. Man muss dann natürlich immer so ein bisschen Auge drauf haben, aber letztendlich sind Menschen eigentlich sehr gut, Übungen so auszugestalten, dass sie selbst Spaß damit haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn da so ein Flow eben entsteht und ihr als Übungsleiterin rumguckt und seht, alle üben ganz konzentriert, dann perfekt. Nicht sprechen. Lasst die Leute weiter üben. Gut, also gehen wir auf die einzelnen Sachen nochmal ein. Fokus bedeutet, ganz wichtig, ein Thema pro Training. Ich weiß nicht schon jetzt mittlerweile, wie oft ich mir manchmal schon so gedacht habe, naja, das ist fast zu wenig. Ich nehme mir mal noch so ein zweites Thema mit, sodass ich schon was im Hinterhand habe. Und nur um dann zu merken, ein Thema reicht eigentlich komplett. Lieber konzentriert mit verschiedenen Übungen immer wieder an einer Sache arbeiten, also beispielsweise, wie man genau in das Tempo, in die Bewegung des Gegners zum Beispiel hineinarbeitet, aus einer bestimmten Situation, als an fünf oder sechs Sachen, wie so einen riesen Blumenstrauß zu präsentieren, wo die Leute dann am Ende einfach nichts mitnehmen. Also Konzentration auf wenige Sachen, das ist auch für euch als Übungsleitende super, aber eben auch für die Trainierenden toll, weil sich da eben dann eher die Intensität angepasst werden kann und sich die Leute wirklich richtig auch schön in diesen Übungen aufeinander einspielen können. Das Zweite, ich sage es immer wieder, weil es wirklich so wichtig ist, weniger bla bla, mehr bam. Also, wie gesagt, versucht wenig zu reden, versucht die Leute viel machen zu lassen. Und das Letzte ist, dass wir versuchen sollten, immer vom Bekannten zum Unbekannten zu gehen. Das heißt, jede Übungsstunde sollte irgendwie mit Sachen auch anfangen, die die Leute schon kennen. Dieses eine Thema pro Training sollte immer nur diese eine neue Sache sein. Und die sollte immer genau schon auf das aufbauen, was ihr schon gemacht habt. Wenn ihr also beispielsweise schon versetzen und dann stechen könnt, naja, dann könnte diese neue Sache sein, das jetzt nochmal versetzt wird vom Gegner und ihr weiterarbeiten müsst beispielsweise. Na, das wäre eine Sache. Und das kann man natürlich aus verschiedensten Situationen machen, in verschiedensten, auch taktischen Drills irgendwie mit reinnehmen. Man kann das sowohl aus dem Angriff nehmen, hat man eine ähnliche Bewegung, wo man beispielsweise reinsticht, versetzt wird und rumschlägt. Man kann es aber eben auch aus diesem Parade, Repost und dann weiterarbeiten machen. Also ganz viele Möglichkeiten, irgendwie das Gleiche wieder anzuwenden und eben immer auch schon was Bekanntes mit reinzunehmen. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die Solo Drills ein. Ich habe schon gesagt, sie sollten möglichst spezifisch sein, also sollten genau auf diese Partnerübungen eben vorbereiten. Also, wenn es jetzt hier um versetzen, reinstechen und vielleicht rumschlagen geht, dann könnte man das ja mal von beiden Seiten einfach ein paar Mal machen. Aber wie gesagt, konzentriert. Das Schöne an Solo Drills ist natürlich, dass immer alle üben. Also, das ist durchaus auch eine effiziente Zeitnutzung. Es kann auch eine effiziente Ressourcenutzung insofern sein, dass sich Leute, wenn sie alleine sind, manchmal vielleicht nur schwierig motivieren können, so eine Sachen auch mal ein bisschen durchzuziehen. Also, es kann durchaus effizient sein und wie gesagt, wenn es genau auf die Partner Drills vorbereitet, finde ich das durchaus eine gute Sache und ich finde es auch immer super, den Leuten das ans Herz zu legen und auch meine persönliche Trainingszeit besteht, da ich nur zweimal die Woche vielleicht trainieren kann mit Partnern, dann eben noch aus fünf weiteren Tagen, wo ich einfach noch Solo Drills mache. Aber, wie gesagt, wir erinnern uns daran, das Wichtige, wenn wir dann Partner mal haben, ist eben auch mit diesem Partner zu arbeiten. Das heißt, es sollte immer uns da hinbringen. So, dann gehen wir auf die Partner Drills ein. Eine wichtige Sache auch für die Motivation ist, sich immer wieder klarzumachen und das geht so ein bisschen schon in Intensität auch rein, dass unsere Partner und Mittrainierenden eben keine Schlagbäume sind. Das heißt, gerade in choreografierten Drills finde ich es eigentlich ziemlich Quatsch, dass dieser letzte Treffer in irgendeiner krassen Intensität gesetzt wird. Gerade wenn die Leute vielleicht neu sind, relativ wenig Ausrüstung haben, ermutige ich die Leute durchaus beispielsweise, ihr habt die gegnerische Klinge für euch nach links versetzt und ihr stecht dann auf den Gegner zu, ermutige ich durchaus so leicht links am Gegner vorbeizustechen, sodass, wenn da mehr Druck kommen würde, würdet ihr immer noch in der Maske landen. Einfach, weil das natürlich viel schöner für eure Partner ist, wenn sie da nicht dauernd diesen Ruck nach hinten haben. Die Intensität sollte sowieso sein, dass sich da keiner unwohl fühlen muss, weil ihr wollt ja, also die Coaches in dieser Übung werden ja in dem Moment getroffen und ihr möchtet ja möglichst viele Wiederholungen machen und in dem Moment, wo die irgendwie hart getroffen werden und sich auf einmal dann unwohl fühlen, dann denken sie sich auch, naja, will ich jetzt wirklich quasi ganz schnell hintereinander immer wieder diese Impulse geben oder machen die nicht vielleicht schon irgendwas anderes, werfen die den grundsätzlichen Angriff schon so, dass sie sich irgendwie vielleicht danach noch halbwegs schützen können, sodass sie dann eben doch nicht so hart getroffen werden. Also für intensive Übungen Schlagbäume nehmen und im Fechten lieber kontrolliert sein. Meine Ansicht zumindest. So, aktive, passive Übung geht so ein bisschen in diese Sache, was wir gesagt haben, vom technisch oder taktisch drillen. Wenn ihr taktisch drillen lasst, hat natürlich auch, haben wir natürlich auch eure Coaches in den jeweiligen Übungen was zu tun. Die können sich entscheiden, was sie hier machen. Sie können natürlich auch entscheiden, welche Intensität sie wählen. Aber sie sind dann eben auch aktiv mit dabei und das ist natürlich immer optimal, wenn beide Parteien immer irgendwie was lernen können. Und deswegen finde ich es eben sehr schön, möglichst schnell in solche taktischen Drills tatsächlich auch reinzugehen, sodass alle immer irgendwie mit drin sind und nicht nur ein Schwert vorgehalten wird von der einen Partei und der andere oder die andere versetzt dieses Schwert und sticht rein. Sondern da muss irgendwie was kommen. Vielleicht wenigstens eine aktive Fußarbeit, ein Signal, wo genau dann dieser Versatz reinkommen sollte. Das Schwert wird vielleicht nach vorne geführt, genau in diese Bewegung, dieses Tempo wird reingearbeitet und das macht die Sache einfach schon für beide Trainierenden viel interessanter. Optimaler Erfolgskorater haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber das sind so, glaube ich, die Main Takeaways. Ich hoffe, dass ihr die in eure eigenen Übungen mit reinbringt. So, dann kommen wir noch mal ganz kurz auf eben Technik versus taktische Drills zu sprechen. Und ich habe da so ein System, das gibt es auch in verschiedenen anderen Ausführungen, der Alexander Fürgut macht da auch viel zu diesem Aliveness. in vielen Variationen gibt es, wie gesagt, ähnliche Sachen, aber wie wir quasi Stück für Stück die Schwierigkeit aufbauen und es immer näher an das freie Fechten letztendlich bringen. Und das Erste ist natürlich irgendwo, dass eine Übung isoliert geübt werden muss, also wirklich dann tatsächlich mal als technischer Drill, denn das Grundsätzliche sollte ja erstmal hinhauen. Was dann aber relativ schnell passieren sollte, ist, dass der Input schon mal variiert wird. Also sagen wir, wir sollen wieder unseren rechten Oberhauf versetzen, dann, klar, soll der erstmal irgendwie aus einer vorhersagbaren Richtung erstmal kommen, natürlich auf unsere linke Seite und wir versetzen das, aber was dann relativ schnell schon gut passieren kann, ist, dass der Winkel ein bisschen verändert wird, das Ziel vielleicht mal weiter hier rüber geht oder weiter runter, so dass eben nicht so ein völliges Einspielen aufeinander stattfindet. Toll für Variationen und auch das sagen wieder die historischen Fechtmeister ist Partnerwechsel. Jeder von uns schlägt irgendwie die Heue ein bisschen anders, macht die Stiche ein bisschen anders und alleine sich eben auf so viele verschiedene Partner einstellen zu können, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir eben entwickeln müssen, damit die Sachen, die wir trainieren, nämlich auch wirklich gegen alle funktionieren. So, jetzt haben wir sozusagen die Technik usilliert, wir haben sie schon so ein bisschen variiert, aber es ist immer noch das Gleiche, dann müssen wir sie in den restlichen Kanon von dem, was wir schon können, integrieren, also sagen wir mal, wir können vielleicht schon unser Versetzen nach links, dann kommt jetzt das Versetzen gegen den linken Oberhau dazu, dann ist natürlich die Integrationsphase wieder ein taktischer Drill letztendlich, dass eben unsere Coaches von beiden Seiten schlagen können und wir das immer Stück für Stück in die Sachen mit rein integrieren, die wir schon können. Was kommt danach? Na ja, es könnten Angriffe zu den Beinen kommen, es können Stiche kommen, es können Angriffe um die Linie kommen, Stück für Stück bauen wir quasi dadurch das technische Repertoire und auch das technische Know-how, aber auch das taktische Know-how, und also wie genau reagiert werden muss für unsere Parade Riposte-Fechten beispielsweise auf. Wichtig dafür ist immer so ein bisschen zu unterscheiden zwischen wie baut man diese Drillsets auf, baut man sie eher in die Tiefe auf oder in die Breite? Was bedeutet dabei Tiefe? Tiefe bedeutet, dass mehrere Aktionen hintereinander gefochten werden. Also ein bisschen dieses Versetzen, reinstechen, der andere reagiert nochmal, ich schlage rum und der andere versetzt vielleicht nochmal in eine andere Art und dann macht eine Körperparade und schlägt zu meinen Händen oder sowas. Das wäre ein relativ tiefer Drill, da wären ja schon vier Aktionen, jeder macht zwei Sachen. Ein Drill, der eher in die Breite geht, gibt einem mehr Variationen an den einzelnen Punkten, also es könnte in der ersten Intention, es könnte ein rechter Oberhau kommen, es könnte ein linker Oberhau kommen, es könnte ein Stich kommen, das ist in die Breite bauen. Und man muss sich immer klar machen, dass man letztendlich natürlich irgendwo beides braucht. Eisfechten sind viele Aktionen, wo an jeder Stelle beliebige Sachen passieren können. Aber um irgendwie einen Aspekt zu isolieren, sollte man sich vielleicht erstmal in seinen Übungen auf auch einen Aspekt hier konzentrieren, ob man lieber den Leuten beibringt, auch nach einem Angriff weiter zu fechten oder nach einem Angriff auch wieder mitparieren, um den Abzug wirklich mit reinzubekommen. Das wären Übungen, die ein bisschen in die Tiefe gehen. Und da muss man sich vielleicht eher aussuchen, an welcher dieser Stellen möchte ich vielleicht noch ein bisschen breiter einbauen. Und das dann natürlich auch klar kommunizieren. Okay, dann zur Intensität. Wie gesagt, ganz wichtig für ein gutes Training ist, finde ich, die Sicherheit und Gesundheit der Trainierenden immer im Blick zu behalten. Trainingsausfälle sind nicht nur blöd für die Motivation, sie sind einfach auch schlecht für einen Fortschritt tatsächlich zu machen. Ein Trainingsausfall kann erst mal lange nicht mehr trainieren, ist dann irgendwie raus, muss sich wieder rein integrieren. Das ist immer nicht so leicht. Und deswegen sollten wir als Übungsleitende genau darauf achten, was für eine Trainingskultur wir eben quasi erlauben. klar, das Training soll herausfordernd sein, also die Schwierigkeit muss eben so angepasst werden, aber wir müssen eben auch sehen, okay, irgendwo gibt es eben auch Grenzen der Intensität, die die Schutzausrüstung zulässt, also selbst bei voller Schutzausrüstung würde ich meine Leute nie einfach volle Kanne diese Oberheu beispielsweise schlagen lassen, weil es nämlich mal doch was schief geht, darf Fehlschlag nie irgendwie in einer harten Bestrafung enden, sondern wir wollen ja einen Anreiz auch dafür haben, dass die Leute ein bisschen spielen, ein bisschen ausprobieren, sich ein bisschen näher herantrauen, wirklich genau sozusagen an den Rand ihrer Fähigkeit gehen, wenn dann immer aber hart bestraft wird und quasi gleich Bruch der Finger droht, dann wird das eher nicht passieren. Gleichzeitig mit der Ausrüstung ist natürlich zu beachten, wenn Leute noch wenig Schutzausrüstung haben, muss natürlich auch die Intensität so gewählt werden, wie kann man anders quasi die Schwierigkeit trotzdem aufrechterhalten, indem man taktisch vielleicht mehr in die Breite arbeitet. Auch beim langsamen Tempo, wenn es viele Sachen gibt, auf die man reagieren muss, bleibt das dann immer noch relativ schwierig. Man sollte sich natürlich aber immer klar machen, dass je nachdem welchen Trainingsmodus man nimmt, da immer irgendwo Artefakte mit drin sind. Beispielsweise noch mal dieser eine technische Drill, der Gegner haut so schnell wie möglich, den rechten Oberhau rein, versetze und steche irgendwie rein. Das wird auch immer ein Artefakt kreieren, weil ich genau weiß, was da passiert. Andererseits sehr langsam zu fechten und auf viele Sachen dann auch sehr leicht reagieren zu können, baut einem andere Artefakte ein, wo man sich verschätzt, wie viel Reaktionszeit man im tatsächlichen Gefecht dann hat. Man muss natürlich auch sagen, dass alleine die Art der Trainingsausrüstung, die wir haben, bestimmte Artefakte generiert. Also es ist nie so, dass wir irgendwie alle loswerden würden. Alleine dadurch, dass wir uns gegenseitig nicht umbringen möchten, sondern gerne freundlich miteinander trainieren, wird schon immer eine Sache drin haben, nämlich wir werden nie psychologisch unter diesem Druck sein, wie ein echtes Gefecht es je war. Und genau in jeder Übung es gibt immer Bullshit. Und das ist auch völlig okay. Das Wichtige ist einfach, die Übung so zu variieren, dass man mal den einen Bullshit hat und mal den anderen. Und so lernt man sich auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren und dann eben auch vernünftig zu fechten hoffentlich letztendlich. Spielen und Flow wie gesagt, ganz wichtig für die Motivation. Wir wollen diese Kreativität unserer Übenden gerne fördern. Dazu muss die Übung aber eben auch sicher sein. Noch ein anderer guter Grund für Sicherheit ist natürlich, dass das diese Sorge auch wegnimmt und sich die Leute dadurch auch besser auf die Übung selber konzentrieren können. Aber sie können eben auch kreativer sein. sie können mehr spielen und an den Rand ihrer Fähigkeiten gehen und genau das sorgt eben dafür auch dass die Übungen selber den optimalen Schwierigkeitsgrad haben. Das ist also fast so ein Selbstläufer und deswegen sage ich immer wenn die Leute konzentriert arbeiten vielleicht sogar Spaß haben das Beste was euch passieren kann lasst die Leute weiter üben. Erst wenn sich Leute langweilen Pause machen oder so dann müssen wir vielleicht noch mal eingreifen. Okay das ist die letzte Folie bevor ich noch so ein paar Übungspläne vorstelle und dann können wir zur Diskussionsrunde kommen auch wieder je nachdem wie viel Trainingszeit ihr habt kann man am Ende noch so ein Cooldown oder so ein Selfcare Paket irgendwie damit reinbauen das kann natürlich bedeuten dass man diesen Fitness Teil ans Ende des Trainings legt weil beispielsweise Leute brauchen noch ihre präzise körperlichen Fähigkeiten für die einzelnen Übungen aber am Ende möchte man ja vielleicht gerne noch mal so körperlichen Trainings reitsetzen da kann eine Fitnesseinheit noch mal durchaus ganz gut sein man kann natürlich auch an anderen Sachen arbeiten also an der Flexibilität der Leute also das dafür ist natürlich das statische Dehnen wie gemacht also das dynamische Dehnen eher so eine aufwärmende Wirkung hat aber nicht wirklich Flexibilität bringt ist das statische Dehnen eben was also mindestens 30 Sekunden in eine Übung da reingehen was was durchaus eben langfristig die Flexibilität verbessern kann Persönlich finde ich dass wenn man nicht wirklich sehr viel Trainingszeit hat dass diese Sachen auch nach Hause ausgelagert werden können und man eher Übungen mitgibt Eine weitere Möglichkeit wie gesagt auch sehr viel Trainingszeit wäre dann eben auch Massage einfach wirklich dass man guckt dass die Leute am nächsten Tag auch wieder fit sind um zu trainieren weil letztendlich wieder auf Gesundheit zu sprechen auch ein Muskelkater ist eine kleine Trainingsverletzung und wenn man beispielsweise so ein ganzes Wochenende irgendwo auf dem Event ist und am Tag zwei von drei schon fetten Muskelkater hat hat man es wahrscheinlich schon ein bisschen übertrieben dann hat man sich schon die optimale Lernerfahrung für die anderen Tage genommen deswegen wenn ihr einen Workshop beispielsweise gibt auf einem Event würde ich immer mir ganz genau überlegen ob ich so ein Teil Fitness oder also wirklich würde ich die Leute nochmal an die Grenzen ihres Machbaren bringen ob ich das wirklich will wollen dass die Leute wirklich im ersten Workshop des Events sich völlig auspowern um dann nichts mehr aus den Folgesachen rausnehmen zu können also muss man nicht immer klar machen welche Ziele man verfolgt Ende des Trainings wie gesagt wäre auch die Möglichkeit für nochmal so eine kurze Feedback Runde gerade bei vielleicht längeren Workshops und so ist das durchaus angebracht aber Feedback kann man sich eigentlich auch ganz gut wieder auch nach der Trainingszeit holen wenn man wirklich sehr effizient also in der Trainingszeit das komplett nur zum Trainieren nutzen möchte und dann beispielsweise den Leuten ein anonymes Formular zukommen lässt sowieso immer ganz gut weil wir wollen ja die Leute ermutigen auch ruhig offen mit ihrer Kritik zu sein gut dann habe ich noch drei beispielshafte Übungsstunden hier quasi reingebracht und wie ich die persönlich so aufbaue das erste ist für einen wöchentlichen Kurs und das ist der gleiche Kurs der ist einmal wöchentlich aber ich habe zwei Übungsstunden hier mit reingeschrieben und es gibt ein unbekannte Bewegungsmuster und deswegen weil das irgendwie ganz am Anfang der Karriere unserer Fechten entsteht müssen wir vielleicht eher einen technischen Fokus fahren und ich habe ja auch immer versucht so ein bisschen farblich die Intensität der einzelnen Übungen zu kodieren also wenn es irgendwie dieses dynamische Eindehnen am Anfang natürlich total relaxed ist da sollten alle mit dabei sein können die ersten Hieb Übungen erstmal vielleicht als Solo drin und dann auf dem Partner ausgeführt werden die können natürlich schon so ein bisschen die Muskulatur erwärmen also ich würde hierdurch aus diese ersten 20 Minuten als oder vielleicht die ersten 15 Minuten als Erwärmung sehen und dann lernen die Leute das schon mit Partner anzuwenden und wie gesagt dann finde ich es wirklich gut das könnte wirklich eine erste Übungsstunde für irgendjemanden sein möglichst schnell dieses Prinzip des Coachings mit rein zu bringen dass dieser erste Hieb zum Gegner eben nicht irgendwie aus der Luft kommt sondern eben auch schon als eine Reaktion auf eine Öffnung entweder unsere Partner machen einen Schritt nach vorne der ein bisschen zu groß ist und wir können genau in diesen Schritt hineinarbeiten oder sie machen eine komische Schwertbewegung die sie genau öffnet und wir arbeiten da rein fechten existiert eigentlich immer als eine Art Dialog idealerweise und wir möchten möglichst eben in Bewegung unserer Gegner hineinarbeiten deswegen ist es wichtig meiner Meinung nach so auch möglichst frühzeitig zu trainieren und nicht einfach in statische Gegner weil statische Gegner und Gegnerinnen die haben wir im freien Gefecht auch nicht mehr und so eine Aktion kann man dann relativ schnell aufbauen in den Drill quasi tiefer machen und zwar indem man auf diesen ersten hiebende Parade reingeht und in die Repost und auch das kann dann relativ schnell geschehen dass man sobald man das von beiden Seiten kann dass man das eben auch einen taktischen Drill quasi hier über diese Übungsstunde rein und dann hat man in der ersten Stunde finde ich schon eine ganze Menge gelernt nämlich letztendlich natürlich irgendwie eine Variante von Zornhauort fechten oder im Italienischen gibt es das natürlich ganz genau so gegen den Mandirito den eigenen Mezzo Mandirito fechten und dann den Stich setzen und das Ganze natürlich auch symmetrisch von der anderen Seite können und dann kann man schon tatsächlich finde ich nach dieser ersten Stunde eine ganze Menge und wenn man das alleine perfektionieren würde dann sind die fechten schon mal gar nicht so so schlecht weil das natürlich und das ist dann jetzt hier passiert in der nächsten Woche das kann natürlich auch gegen andere Angriffe eingesetzt werden zum Beispiel gegen den Stich also wir können unsere erste Aktion natürlich auch als eine Art Stich führen dann können wir schon mal ein bisschen darauf eingehen dass es aus anderen Positionen passiert und die gleichen Sachen die wir schon können nämlich dieses Versetzen mit dem Hieb und dann selbst den Stich reingehen auch das passt hier natürlich wieder perfekt als Reaktion dafür Fiora de Libri wäre es dann so eine Art Austausch des Stiches aber auch hier könnte man es auch wieder als eine Art Zornhauort gegen den Stich sehen also die Sachen bauen quasi Stück für Stück voneinander auf und wenn man dann nochmal wirklich was Neues braucht je nachdem wie gut die Leute schon in diesem Teil nachkommen dann kann man vielleicht diesen Drill noch ein bisschen tiefer machen und dann dieses Rumschlagen beispielsweise oder Schnappen machen noch mit rein nehmen okay also wichtig konzentriert halten eine Sache möglichst immer ähnliche Bewegung auch zwischen den Wochen damit diese sich vertiefen und früh in dieses taktische reingehen weil das wird auch dafür sorgen dass wenn auch Fortgeschrittene und Fechtende bei euch in den Trainings sind dass die sich dann auch nicht langweilen weil die können so dann der zweite Trainingsplan für Fortgeschrittene und zwar bei Fortgeschrittenen Fechtenden kann man in der Regel davon ausgehen dass Bewegungsmuster grundsätzlich erstmal bekannt sind das heißt da muss man noch viel mehr in dieses das technisch natürlich irgendwie so ausgestalten dass das bei höheren Intensitäten auch passt aber es muss natürlich auch so passen dass man sich dann zu Lasten einer anderen Öffnung quasi da zu sehr beispielsweise reingeht gerade mit Fortgeschritten finde ich es ganz gut möglichst früh in so eine Fußarbeitsspiele reinzugehen wobei ich Fußarbeit jetzt nicht isoliert trainieren lasse sondern immer in Relation zu dem Partner also dieses Antippenspiel das wäre ein Fußarbeitsspiel in meiner Meinung sobald die Leute halbwegs vernünftig gehen können also die Bewegungsmuster drin haben sollte eigentlich keine Fußarbeit mehr isoliert stattfinden außer ihr denkt die Leute müssen mal ein ordentliches Oberschenkel Workout machen und dann würde ich lieber ein ordentliches Oberschenkel Workout machen also dann gibt es dann effizientere Sachen die Zeit zu nutzen und dann gibt es eben viele Spiele die man machen kann aber gerade das Coaching nimmt auch hier immer noch den größten Teil des Fechtens selber ein was ich auch immer wichtig finde ist gerade bei 90 Minuten finde ich sollte unbedingt immer freies Fechten irgendwie drin sein ich bin mittlerweile glaube ich fast der Ansicht dass das eher so in die Richtung 30 Minuten gehen sollte weil in diesem Teil davor ja da kann man sich eigentlich schon trotzdem noch ganz gut auf eine technisch taktische Sache konzentrieren und hier sind beispielsweise die Sachen okay wir wollen an unseren direkten Angriffen arbeiten na da muss man natürlich gucken schon dieses Fußarbeitsspiel mit dem Antippen ist natürlich ein direkter Angriff letztendlich zur Schulter den man mit der Fußarbeit vorbereitet und wie macht man das dann im Coaching naja wieder in die Öffnung tatsächlich hineingehen aber Coach darf natürlich dann nicht nur die Öffnung geben sondern beispielsweise darf sie eben auch wieder schließen sodass wirklich auch bewusster reagiert wird und dann gibt es hier noch dieses finde ich es immer auch ganz gut möglichst früh irgendwelche Spiele zu spielen und auf das Game of Chicken da können wir ja vielleicht gleich nochmal eingehen aber im Prinzip ist das so eine Art wer zuerst angreift darf wirklich also darf zum Gegner durchgehen und die andere Partei muss sich irgendwie verteidigen wenn sie natürlich gleichzeitig mitangreifen und in diesem Gegenangriff versetzen und treffen alles super aber sollten sie während ihres eigenen Angriffs getroffen werden haben sie dieses Spiel quasi verloren es gibt eben so ein bisschen Anreiz dass auf gegnerische Angriffe müssen wir uns in erster Linie erstmal schützen wenn wir dabei natürlich treffen top aber ansonsten schützen und dann gegenangreifen einfach auch um so ein paar psychologische Sachen da wieder mit rein zu kriegen und dann haben wir hier noch in der zweiten Woche dann beispielsweise darauf so ein bisschen aufbauen das Fintieren für eine gute Finte muss natürlich erst der direkte Angriff nochmal wiederholt werden weil man keine guten direkten Angriffe macht und immer nur Finten schlägt dann ist das natürlich leicht durchschaubar es muss also ernst genommen werden vom Gegner wir wollen ja möglichst eine Verteidigungsreaktion heraus provozieren und deswegen baut das ihr Leben so aufeinander auf und auch das Spiel kann man dieses Game of Chicken kann man für Finten anpassen die letzte Sache und dann bin ich wirklich durch das ist der ein Trainingsplan für Expertinnen und zwar es ist nicht mehr jetzt ganz aktuell aber so werden wir ungefähr im Rapier Nationalkader trainieren für das Wochenende und da wir uns das erste Mal so in dieser Konstellation treffen und auch in dieser Menge irgendwie vertreten sind ist der Fokus des gesamten Wochenendes eben das Kennenlernen und so ein bisschen natürlich eine Turniervorbereitung zu machen weil wir außerdem innerhalb von drei Tagen zwölf Stunden konzentriertes Training haben plus nochmal vier Stunden freies fechten jeweils am Abend muss man besonders eben auf die Belastungssteuerung achten dass die Leute eben nicht schon am Morgen des zweiten Tages völlig fertig eigentlich noch sind blaue Flecke haben all das wäre total kontraproduktiv gleichzeitig möchte man natürlich aber die Trainingszeit die man hat Perzeihung möglichst effizient nutzen das heißt wie sollte sowas in meinen Augen gestaltet werden naja kennenlernen tut man sich fechterisch also die Leute können ja fechten am besten im freien fechten und indem man locker miteinander ficht kann man das sehr lange machen das natürlich klar es hat wie gesagt seine Artefakte man überschätzt seine eigene Reaktionszeit beispielsweise aber man kann viel leichter im Lockeren fechten wo wirklich sehr wenig Druck drin ist auch neue Sachen ausprobieren man kann sich fechterisch gegenseitig kennenlernen man kann wirklich alles fechten was man irgendwie so halbwegs kann deswegen finde ich das immer gerade wenn man so einen 3-Stunden-Block hat doch eine interessante Sache es sollte natürlich auch noch mal wenigstens intensiv miteinander gefochten werden dass man auch sieht wie die einzelnen Leute im Kader auch in Drucksituationen reagieren aber wie gesagt Belastungssteuerung man muss also schauen dass die Leute nicht zu viel letztendlich machen und da muss ich mir auch selbst immer wieder an die eigene Nase fassen man traut sich auch schnell selber zu viel zu typischer Bias so eine Verhaltensverzerrung nennt sich Overconfidence dass wir einfach selbst überschätzen letztendlich und das ist völlig natürlich und wie gesagt davor muss man sich einfach nur schützen indem man vorher schon sagt okay was sind Trainingszeiten wie sind Pausenzeiten also auf jeden Fall auch immer wieder Pausen damit einbauen und wie nutzt man die Einheit zwei wie gesagt es geht ja so in die Turniervorbereitung kann man nutzen um sich gegen bestimmte Gegnertypen vorzubereiten beispielsweise wie gesagt ordentlich zu viel habe ich hier zwei reingenommen Einheit drei dann welche Anreize liefern bestimmte Regelwerke ist es ein Regelwerk wo die Treffer der zwei Fechten direkt miteinander verglichen werden oder passiert das vielleicht indirekt über eine Rangliste wo alles zusammengerechnet wird also das macht einen total großen Unterschied für die Art wie die Leute tatsächlich fechten und man sollte sich so ein bisschen vielleicht darauf vorbereiten wenn man schon so denkt man braucht jetzt hier eine Turniervorbereitung für den Kader und dann sollte natürlich auch das Psychologische mittrainiert werden also dass man in bestimmte Turniersimulationen geht aus dem Rückstand fechten aus wenig Platz fechten und so weiter und so fort auch wieder wie gesagt in Drucksituationen Punkte werden gezählt gegen bestimmte Art von Gegner und Gegnerinnen also das ist dann natürlich alles sehr sehr wertvoll auf diesem Niveau und am Ende wie gesagt immer jetzt hier bei drei Stunden wo ja doch auch sehr intensiv zwischendurch gefochten wird immer auch ein Block für Safecare wo man sich dann eben dann doch nochmal massiert aber darauf achtet auch zwischendurch immer wieder dass man ausreichend trinkt und so weiter hydriert seid gut super viel ich hoffe trotzdem jetzt gerne noch in die Diskussion mit euch einsteigen zu können und freue mich auf eure Fragen vielen Dank erstmal vielen Dank für die coole Übersicht ich hoffe du hörst mich ja die nächste Frage okay ich hatte eben schon währenddessen eine Frage gestellt aber die ist im Chat wahrscheinlich untergegangen ja sorry ich habe keinen Chat Zugriff quasi in die Präsentation ah ok sorry ich wollte nämlich nicht direkt reingrätschen aber das ist ja jetzt Zeit zum fragen in bei der Trainingsplanung für ein fortgeschrittenes Training hattest du ziemlich viel Wert draufgelegt da am besten so viel Zeit wie möglich im Sinne von so bis zu einer halben Stunde freies Fechten mit drin zu haben wie ändert sich das oder sollte sich kann sich das ändern wenn beispielsweise danach eine freie Hallenzeit ist also manche Vereine haben ja freie Trainingszeiten wo Leute einfach nur Spaß bitten und erfechten und manche natürlich nicht und sollte es trotzdem so groß im normalen Training drin sein dann also wichtig ist natürlich auf jeden Fall denke ich die Erwartung der Trainierenden zu managen wenn offene Halle danach bedeutet dass eigentlich das Training zwei Stunden lang ist dann kann man natürlich einfach das nach hinten schieben beispielsweise und so ein bisschen die Zeit vielleicht anpassen bedeutet das aber dass sich eigentlich die Hälfte danach verabschiedet wäre ich vorsichtig damit das zu kurz zu fassen letztendlich es ist einfach also wie gesagt wenn man eine anderthalb Stunden jetzt wirklich feste Trainingszeit auch kommuniziert man hat ein gewisses Ende dann rechnen eben manche damit und müssen vielleicht auch einfach nach Hause oder gehen abends weiß nicht bei manchen ist das vielleicht ein bisschen entspannter kann das nochmal anders sein natürlich grundsätzlich würde ich aber in in der Situation wirklich ganz klar machen bis da und dahin ist die normale Trainingszeit und auch in dieser Trainingszeit sollte auch schon frei gefochten werden sodass Leute die gehen müssen trotzdem das eben auch schon mit drin haben als wichtiger Bestandteil ihres Trainings ist ja auch einfach ist tiefste was man so machen kann aber es ist durchaus eine der motivierendsten Sachen die man machen kann gerade auch dann natürlich zu versuchen diese wenn man sehr intensiv vorher gearbeitet hat gedanklich einfach auch mal die Sau raus zu lassen natürlich gesagt Sicherheit Intensität managen wir irgendwo aber es ist halt einfach so ein spaßiger Teil für viele trainierende dass das sollte dann trotzdem drin sein und was dann danach passiert naja man kann die Zeit ja im Prinzip dann so nutzen wie man möchte das kann freies fechten weiter danach sein klar das könnte noch mal in drills gehen das stelle ich sowieso meinen Leuten auch immer frei freie fechtzeit bedeutet nicht dass alle freie fechten müssen wenn es gerade bei Leuten die sich noch nicht ganz so weit führen die können noch mal in so eine coaching übung auch reingehen und das sollte man auch kommunizieren dass das immer völlig okay ist weil das ist ja besonders konzentriert an bestimmten Sachen zu arbeiten und wie gesagt wir machen ja eine Dienstleistung wir bieten also etwas an hier cool danke Nikolaj fragt ob du das Game of Chicken noch mal etwas genauer erklären könntest na klar also das Game of Chicken das hat der Sean Franklin den Namen zumindest dafür geprägt oder Finish Chicken nennt er das glaube ich sogar es gibt im Prinzip zwei Fechten und die die Rollen von Angreifend und Verteidigend die sind erstmal grundsätzlich nicht festgelegt wer zuerst einen ehrlichen Angriff startet kriegt die Rolle des Angreifenden okay wenn Angreifende treffen kriegen sie imaginären Punkt und das war's Verteidigende müssen sich in erster Linie verteidigen und können dann versuchen in der nächsten Intention selber zu treffen also dann wechselt im Prinzip das Angriffsrecht das auch so ein bisschen orientiert sich also sieht man auch schon wo das olympische Fechten da auch mit reinspielt aber es ist letztendlich natürlich nur eine Sache dass man sagt okay diejenigen die in dem Moment reagieren auf die anderen die sollen sich in erster Linie verteidigen sie können natürlich auch Kontratempo oder Indes mit angreifen solange sie selbst safe sind und getroffen haben kriegen sie einen Punkt sollten sie verteidigt haben sie gehen nach vorne und der Angriff trifft nicht ist quasi Situation auf null und es geht wieder los das ist ein Spiel wo man sich so denken muss okay ich kriege sozusagen das Angriffsrecht wenn ich ehrlich angreife das heißt ich möchte eigentlich möglichst früh ehrlich angreifen aber ein sehr früher ehrlicher Angriff und das muss ein direkter Angriff sein macht einen natürlich auch sehr weit auf die andere Partei hat sehr viel Zeit zu reagieren eben genau für so einen Indes Moment das heißt was letztendlich passieren wird ist wer traut sich oder wer traut sich näher ran und wann wird dann dieser erste Angriff tatsächlich geworfen mit was für eine Ausrüstung machst du das weil ich stelle mir vor die Leute spielen das und wollen dann natürlich möglichst der Erste sein und starten dann den Angriff also mit hoher Intensität und möglichst schnell damit sie auch wirklich sagen können ich war der Erste genau das wird passieren also in allen Spielen wo beide Parteien irgendwie gewinnen können und das ist ja beim Freien Fechten nicht anders muss man sich immer klar machen dass es grundsätzlich einen Anreiz gibt durch mehr Intensität diese Übungen für sich zu entscheiden wir spielen wir spielen das mit den sag ich mal anfangen fortgeschrittenen spielen wir das mit Maske und Schaumstoffschwertern also diesen Boffern die es aus Polen von GoNow beispielsweise gibt oder für die Leute die Ausrüstung haben dann eben in Sparring tagliche Ausrüstung das würde ich da auf jeden Fall sehr empfehlen wenn ich kurz dazu noch anmerken kann das kommt auch immer ganz drauf an was vorher in der Stunde passiert ist also wenn sehr auf Parade die Post Wert gelegt wurde also das sozusagen sehr defensiv als Stundenschwerpunkt war und dann das Game of Schicken kommt ist es durchaus so dass die Leute halt viel mehr wollen dass sie angegriffen werden damit sie genau das anwenden können was sie in der Zeit hatten und das bringt das aber auch dahin dass das alles ein bisschen kontrollierter wird als wenn alle drauf zuspringen und dann geht das durchaus auch mit wenig Schutzausrüstung noch halbwegs effizient weil es ist halt der gecoachte Drill von vorher nur dass die angreifte Rolle halt nicht fest ist am Anfang des Spiels wobei man sich immer wieder auch bewusst machen muss in dem Moment wo Stahlschwerter beispielsweise im Spiel sind wie gesagt ein Fehlschlag sollte nie in Verletzungen enden sonst erzeugt einem das auch nur irgendwelche Angstartefakte und was weiß ich und macht das Fechten auch wieder schlechter also es muss eigentlich schon so sein dass die Leute selbst wenn sie dann mit ein bisschen Intensität da reingehen dass eigentlich da nichts passieren sollte aber das ist dann besonders zu beobachten also für mich persönlich die Regel ist tatsächlich bei so einem Spiel entweder Schaumstoffschwerter und Masken und leichte Handschuhe das ist dann eigentlich ziemlich safe oder wirklich Fechtjacke Halsschutz Handschuhe wenigstens Okay danke sehr gerne Ich hätte noch eine Frage danke nochmal übrigens für den Vortrag ich habe in meiner Trainingsgruppe wir trainieren zweimal wöchentlich unterschiedliche Leistungsniveaus von der Kondition her und das Problem ist ich habe überwiegend Teilnehmer die halt nur diesen Sport haben und nichts anderes machen also man ist ja gewohnt dass man mehrere Sportarten dann eigentlich auch gleichzeitig macht wenn man Trainer ist weil man einfach sehr motiviert ist und entsprechende Konditionen hat was würdest du da empfehlen ist es quasi Aufgabe des Trainers da entsprechend die Kondition dann entsprechend gezielt zu steuern und entsprechend zu hoch zu bekommen oder ist es dann eigentlich nur die Motivation andere Fitness zu machen weil so wie ich das rausgehört hatte würdest du sagen dass man Fitness eher nicht so bevorzugen sollte Also jetzt zum Beispiel hier dieser Trainingsplan für Fortgeschrittene das könnt ihr euch vorstellen das könnte auch schon von so einem Anfängerkurs einfach die achte Stunde beispielsweise sein und in dem Moment wo man eben viel in diesem Coaching also in diesem taktischen Drill man hat ja schon Maske auf und vielleicht machen es einige Anfang dann machen es mit diesen Buffern andere haben vielleicht schon ein bisschen Schutzausrüstung und haben eben Handschuhe und können dann eben auch ein Stahlsperr und eine Jacke und können eben ein bisschen eine höhere Intensität fahren in dem Moment wo man die Maske auf hat intensiv Fußarbeit macht und die Angriffe ein bisschen sozusagen intensiver werfen kann man sollte nicht unterschätzen was für ein gutes Ausdauertraining das dann doch selber ist klar das ist auch wieder sehr spezifisch man baut dann vor allem Ausdauer auf für das freie Fechten letztendlich aber also man kriegt das eigentlich auch gut hin jetzt beispielsweise in 90 Minuten ohne ein Fitnesstraining zu machen die Leute am Ende auch wirklich platt zu haben das ist eigentlich kein Problem weil genau das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt finde ich total in Ordnung dass man sozusagen die Trainingsausrüstung als auch Trainingsobjekt quasi hat und dadurch die Fitness steuert das Problem ist halt auch dass wir immer stetigen Zuwachs bekommen an Leuten die dann eben noch keine Trainingsausrüstung haben und da ist das dann immer ein bisschen schwierig auf jeden Fall ja also das geht mir ja im Hochschulssport nicht anders ich kriege ja im Prinzip viermal im Jahr neue Anfangne dazu und wie ich das letztendlich mache ist halt wirklich so ein Mix an Simulatoren und Ausrüstung nehmen also gerade die Leute die eben noch wenig aus also wir haben Fechtmasken für alle das finde ich sowieso so ein Grundstock was man braucht damit auch ehrlich zum Gesicht gestochen werden kann aber wir nehmen dann beispielsweise die Buffer in diesen freieren Übungen für diese Leute und diejenigen die Schutzrausrüstung haben die nehmen dann eben Stahl aber so kann trotzdem eben in einer hohen Intensität letztendlich gefochten werden ohne und auch taktisch frei wo eben auch Fehlschläge einfach auch passieren man reagiert ganz oft falsch am Anfang und das Teil ist intensiv und alles und die Leute bewegen sich viel aber sind trotzdem eben safe und können diesen sportlichen Aspekt dann auch mitnehmen ok danke ok wenn sonst keiner die Hand hebt du hast gerade wieder die Buffer erwähnt und ja klar bei Hieben wenn man Hiebe trainiert werden geht das wie machst du das bei Stichen weil die biegen sich ja nicht durch die sind ja relativ steif ohne Schutzausrüstung wird es selbst mit den Buffern da schwer meiner Erfahrung nach hast du da irgendwelche Tipps um diese ich sag mal ja Spielchen Coachings intensiveren Sachen da ohne volle Schutzausrüstung zu machen ja also genau das ist so der Haupt Schwachpunkt der Buffer dass die im Stich wirklich steif sind was ganz cool sind sind diese von Dave Rawlings diese Plastik Simulatoren von Red Dragon sind die glaube ich sogar oder Night Shop oder irgendwie so die sind unglaublich flexibel und auch relativ leicht noch also das kann dann auch so ein mittleres quasi Schutzniveau irgendwie da kann dafür schon ausreichen wo man eine Maske Pullover und leichter und leichter Handschuhe trägt also das finde ich dafür auch ganz gut eine andere Variante ist natürlich Schutzausrüstung auch schon bereitzustellen für sowas also genau du hast recht mit den Buffern kann man vor allem ganz gut Hiebübungen sehr intensiv machen bei Stichen muss man doch sich irgendwie immer wieder zurückhalten das geht natürlich aber man hat dann natürlich auch wieder die kleineren Artefakte also ja kein Simulator keine Ausrüstung ohne ihre eigenen Schwachstellen und zum Beispiel die jetzt habe ich die Dave Rawlings irgendwie lobend erwähnt zum Beispiel wenn die ineinander schlagen die fühlen sich an wie Seife also so gar nicht wie ein Stahlschwert fühlen die sich da an beispielsweise jo danke eine andere witzige Variante ist natürlich also es kommt komplett darauf an was für eine Art von Waffe ihr vielleicht gerade fechtet beim Rapier was wir jetzt auch gerne gemacht haben ist dann eben bestimmte Übungen nicht nur mit unserem normalen Rapier zu fechten sondern eben dann auch beispielsweise mit einer Degenklinger was natürlich viel leichter ist wo man viel mehr Wiederholungen noch hat natürlich die Reaktionszeiten also die Umgebungszeiten und was weiß ich verändern sich alle aber da kann man halt sehr viele Wiederholungen und auch easy peasy mit Intention quasi reinstechen wie gesagt man muss natürlich immer schauen welche Artefakte bringt es sich mit aber gerade wenn man beispielsweise an seiner Fußarbeit und Körperarbeit und dem Ausschließen und grundsätzlich so arbeiten möchte ist das ja vielleicht auch eine Variante und gerade die für einhändige Sachen die Sachen aus dem olympischen Fechten die klingen die sind halt vergleichsweise spottbillig ich hatte da noch eine Frage weil wir auch also unsere Trainingsgruppe ist immer durchmixt und das Problem halt auch heute auch zum Beispiel bei unserem Training war dass die Aufgaben für unterschiedliche Leute unterschiedlich schwer waren und dann ist es so wenn ich halt zu niedrig diese Schwierigkeitsgrad schon am Anfang einsteige dann weiß ich machen die etwas Fortgeschrittenen schon irgendwie sonst sowas anstatt die eigentliche Technik zu intensivieren die eigentlich gefragt ist machen dann irgendwelche Spielen also die fangen dann an zu spielen was eigentlich auch gut ist was ein gutes Zeichen ist aber das Ziel quasi der Trainingssession quasi eigentlich nicht war wie würdest du damit umgehen ja also genau die die Leute passen ja wie gesagt ihre Schwierigkeit irgendwie immer so an dass das irgendwie noch für sie Spaß macht und das kann eben wie gesagt sein also ich weiß nicht da würden dann wahrscheinlich alle nur mit Maske und leichten Handschuhen gerade trainieren und die Fortgeschrittenen machen dann halt sonst was so nach dem Motto genau dann würde ich wahrscheinlich als einfachste Variante die Leute Schutzausrüstung anziehen lassen sodass sie wirklich auch die Intensität hochschrauben können und wie gesagt viel in diesen taktischen Drills arbeiten und dann kannst du natürlich sagen also wenn zwei Inputs rechter linker Oberhau oder was weiß ich nicht reichen dann kannst du natürlich auch noch den dritten und vierten mit reinbauen und den Leuten das sagen einfach dass sozusagen die Coaches in dieser Übung einfach noch mehr Optionen haben aber meistens schon alleine die Ausrüstung anzuziehen und das gleiche auf einem viel höheren Intensitätsniveau zu fechten wie gesagt man guckt dann wie dass es nicht überhand nimmt das macht eigentlich schon genug Schwierigkeit aus dass die Leute dann eben auch denken okay die Übung selber das passt schon ja also das habe ich auch schon mehrmals probiert Effekt ist davon dass die die noch nicht so fortgeschritten sind genau die gleiche Übung machen wollen so nach dem Motto weil sie ehrgeizig sind und dann kommt es dann zu so einem Mischwasch aus eigentlich das Haar wollten wir gar nicht heute machen ist es immer schwierig also ich finde es halt immer sehr schwierig die die Aufgaben zu splitten quasi und denen dann noch separat noch was zu geben oder irgendwie so dann würde ich wahrscheinlich wirklich einfach nur also wenn das Problem wirklich besteht dass sich die Leute da auch quasi gegenseitig abgucken dann ganz konzentriert sagen das sind die die Sachen darf der Coach quasi machen um diese Übung anzupassen und das ist die Intensität die ich hier erwarte also für die Anfang dann kann das halt eben relativ entspannte technische Übungen quasi sein und für die fortgeschrittenen mit Schutzausrüstung dann eben sehr schon intensiv quasi reingearbeitet und über sehr dynamische Fußarbeit versuchen sich diese Treffer da eben auch zu erarbeiten okay okay gibt es sonst noch Fragen also ich könnte ständig was sagen also solange wir noch Zeit haben ja gerne also nicht okay wie sieht das eigentlich aus vor die langfristige Trainingsplanung es gibt ja mal so eine kurzfristige einfristige und so und mir ist aufgefallen dass wenn ich einen Trainingsplan mache dass ich den immer und stetig immer updaten muss weil erstens in der spezifischen Trainingseinheiten sind andere Leute da die ich eigentlich nicht erwartet habe und das Level sich entsprechend unterschiedlich macht und wie kriegst du dann so eine gewisse Stringenzenz hin also beziehungsweise Konsistenz hin dass du sagst okay wir machen jetzt das wir haben jetzt zum Beispiel jetzt die letzten halbes Jahr sämtliche Hiebe durch und Huten durchgenommen so dass erstmal so eine Baseline da ist so dass wir dann halt verschiedene Techniken Drills und sowas darauf aufbauen können und mir fällt immer schwierig dort eine gewisse Konsistenz also nach dem Motto ich gebe euch jetzt für ein halbes Jahr einen Trainingsplan das machen wir und so wollen wir es durchziehen so nach dem Motto sowas würde ich mir vorstellen und das fällt mir momentan auch ziemlich schwierig ja also man muss sich immer wieder klar machen also jetzt geht es ja doch schon so ein bisschen in Trainingsplan Planung quasi also wie macht man sich ein Syllabus kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt und das gilt für Trainingspläne genau wie für alle anderen man schafft letztendlich immer viel weniger als man als man sich vornimmt und das ist auch völlig in Ordnung und deswegen meine ich unbedingt auf wenige Sachen konzentrieren und lieber die immer so ein bisschen Schritt für Schritt ausbauen es ist meistens eigentlich auch überhaupt kein Problem wenn man mal zwei Wochen mehr oder weniger das gleiche hintereinander macht gerade wenn dann so eine taktischen Drills drin sind und eben noch gerade Intensität Luft nach oben ist was auch die die Schutzausrüstung und die Art von Simulatoren die man verwendet irgendwie zulässt natürlich insofern kann man so eine gewisse so ein gewisses Fehlen von einzelnen Leuten natürlich auch auffangen indem man einfach wirklich sich relativ langsam und Stück für Stück aufbauen durch diesen Stoff dann letztendlich bewegt grundsätzlich würde ich es aber auch hier wieder so halten dass ich die Leute die regelmäßig kommen und die pünktlich sind würde ich nie also versuchen möglichst nie zu bestrafen indem man immer nur wieder quasi jetzt schon die fünfte Woche hintereinander das gleiche macht und immer wieder nochmal den Beginn letztendlich wiederholt ich würde mich langsam natürlich aber eben konsistent durch diese einzelnen Übungen bewegen das bedeutet aber trotzdem wie gesagt die einzelnen Übungen bauen ja aufeinander auf wenn man Woche 1 Zornhau und Ort gefochten hat gegen den rechten Oberhau und in Woche 2 dann im Prinzip mit diesem also nach dem Stich der versetzt wird noch so ein Umschlagen quasi macht dann fängt man schon erstmal noch wieder mit dem stinknormalen Zornhau und auch auf beiden Seiten an bevor man dann in die Folgeaktion reingeht also es baut immer auf Bekannten auf letztendlich und deswegen wenn man ein zwei Wochen fehlt sollte das oder ein zwei Stunden fehlt in dem Syllabus sollte das eigentlich nicht so das Problem sein also hofft man aber ja es ist es ist schwierig also man muss immer wieder gucken wie die Leute damit klarkommen und man muss versuchen es möglichst vielen Leuten recht zu machen ohne sich auch selbst dabei so ein bisschen aufzugeben also das vielleicht das das allerletzte was man auch so so mitgeben kann oder was ich gerne mitgeben würde an euch das Training zu geben sollte also wie gesagt ihr macht eine Dienstleistung sollte natürlich euren Trainieren dann Spaß machen aber es sollte natürlich auch für euch erfüllend sein und irgendwie sustainable also ihr müsst euch da halt Woche für Woche im Zweifelsfall hinstellen und wenn ihr das als ätzend empfindet dann hat da keiner was davon also es muss auch euch Spaß machen und deswegen finde ich zum Beispiel jetzt hier ab dem fortgeschrittenen Training so ein freies Fechten auch beispielsweise ganz gut weil ich dann selbst auch noch ein bisschen die Leute auch fechterisch kennengelernt kann einfach und auch noch zwei drei Sachen zu ihnen sagen kann aber eben auch selbst fechten kann okay okay danke sehr gerne gut also wir können das bestimmt auch irgendwann nochmal nochmal vertiefen und vielleicht fallen euch ja auch noch bestimmte Sachen ein wo ihr gerne mehr zu hättet ja eine eine Sache vielleicht dann mal für einen weiteren Termin oder so wäre wahrscheinlich sehr spannend gerade für Leute die das noch nicht lange machen oder gerade damit anfangen Übungen zu leiten wie man mit vielleicht verschiedenen Arten von Lernenden umgeht also wenn man jetzt den übermotivierten die übermotivierte Person hat oder die Person die vielleicht auch etwas Probleme hat die Bewegungen so zu koordinieren wie man gerne hätte das wäre vielleicht ganz spannend weil gerade wenn man jetzt ein offenes Training hat wo jederzeit Leute neu einsteigen und der Sport wächst halt extrem schnell weil es so wahnsinnig cool ist was mit Schwettern zu machen dann ist es vielleicht ganz spannend dass man die Leute dann halt auch trotzdem nicht unbedingt verliert weil man sollte jedem eine Chance geben irgendwie ja stimmt also klar auf die diese ganzen psychologischen Faktoren könnte man auch noch insbesondere eingehen ja auch nur eine schöne Sache das stimmt kurze Frage wie das zeichnest du das hier auf und wird das nachher irgendwo noch zu sehen sein zum Beispiel in dieser Lernplattform genau ich habe das den ganzen Vortrag aufgezeichnet soweit das alles gut gegangen ist und ich stelle die Aufnahmen dann bereit für alle ja alles klar danke sehr gerne gut ihr Lieben ich möchte mich dann ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken wie gesagt falls irgendwelche Fragen noch auftauchen schreibt mich gerne an ich finde es toll wie viele sich eben mittlerweile eben auch nicht nur mit diesem Sport beschäftigen sondern eben auch einfach cooles Training geben wollen und finde das was wir auf jeden Fall wo wir uns gegenseitig unterstützen sollten weil auch mein Training kann sich immer noch weiter verbessern und das ist glaube ich auch ein gutes Zeichen dass sich euer eigenes Training im Laufe der Zeit immer wieder verändert also auch neue Sachen ausprobiert die ihr denkt die dann vielleicht nicht so gut funktionieren oder die besser funktionieren also findet da auf jeden Fall auch euren Stil und genau hört auf auf eure eigene Stimme und auf die eurer Übenden und dann kann da eigentlich nicht so viel schief gehen In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend und noch ein schönes Restwochenende Dankeschön tschüss